Viva Plus. Immer neu, immer vorn. Täglich aus Köln. Unsere vier VJs versorgen euch ab 13 Uhr mit News, Gossips, Interviews. All about bad religion. Und den Events des Tages. Tada! Kylie Minogue, die liegt gerade in meinem Bett. Viva Plus. Jeden Tag könnt ihr euren Lieblingssong aus 50 Videoclips auswählen. Eure Stimme zählt. Hier macht ihr das Programm. Schreibt mir hier ins Studio. Speak to the World. Eure Message on Air. Viva Plus. Alles Plus. Bye.